Wenn Gott je auf Erden wandelte, so ist er es. Wenn du die überirdische Pracht sehen konntest, die der Nazarener in sich trug, so war es deine Pflicht, vor aller Welt die Wahrheit zu verkünden. Sie würden mir nicht glauben. Niemand würde mir glauben. Sie würden mich für verrückt erklären. Es ist ein Verbrechen, einen unschuldigen Mann hinzurichten. Es ist kein Verbrechen, wenn das Volk es so will. Sünder finden immer Gefallener an den, der ohne Sünde ist, zu vernichten. Das Grab ist offen. Sie wagen es nicht zu sagen, dass der Nazarener auferstanden ist. Wenn du den Namen des Jesus von Nazareth in den Chroniken behältst, reiße ich dein Pergament in Stücke. Das Grab ist ein Verbrechen.